Das öffnet den Weg. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. Was ist hier hinten denn? Was macht den? Okay, Moment. Nehmen wir die Kiste, packen sie dorthin. Was haben wir hier hinten? Hm, ich würde sagen, wir brauchen das. Nein, brauchen wir nicht. Moment, kann man die hier drauf ablegen? Nein, kann man nicht. Hm. Moment, ich guck mal kurz. Bringt das hier noch irgendwie was, wenn wir das nicht hier hin machen? Sondern hier hin zum Beispiel. Dann macht es die Treppe. Das öffnet die Treppe, okay. Bringt das vielleicht was? Ach, Moment, wir haben hier einen Stein, okay. Ich glaube, der öffnet auf jeden Fall den Weg hier, oder? Nein. Macht er nicht, okay. Öffnet er hier hinten den Weg? Ne. Moment, was macht er dann? Was macht der Schalter? Vielleicht hier drauf? Okay, das schon mal nicht. Das auch nicht, okay. Ah, hier hinten öffnet er eine Treppe, okay. Was macht der Schalter? Der öffnet den Weg. Ja, was heißt öffnet? Er macht halt den Weg frei, genau. Oder bringt uns halt den Weg hier. Was macht das? Was macht den Weg? Okay. Können wir hier den dort hinpacken? Was ist, wenn wir das jetzt zerstören? Moment, das können wir wieder hier rauf. Moment. Ah, okay, wir müssen Krug und Dings tauschen. Wir müssen Krug und Dings hier tauschen. Zack. Krug. Kiste muss dann kurz hier rauf. Genau. Da müssen wir den Schalter jetzt hier oben raufpacken. Und Kiste nehmen. Hier raufpacken. Rüber. Okay, Moment. Bombe legen. Rüber. Rüber. Okay, nice. Zack, zack. Der dürfte nämlich nach Dokis Angriff eigentlich weg sein. Ja, genau. Weil Doki ja Special Damage an dem Viech macht. Weil Feuer wahrscheinlich irgendwie. Vielleicht sind die empfindlich gegen Feuer. Ich denke jetzt mal. Ah, Schlüssel. Nice. Okay, das ist super. Dann können wir jetzt hier wieder zurückgehen. Super. Und, oh Gott, nicht gegen diese Viecher kämpfen müssen. Oh, Mann. Weg. Oh Gott, er verfolgt uns. Gott. Er hat es verfolgt. Er war einfach auf dem Weg zu mir. Ich will nicht gegen diese Zykloppen kämpfen. Nein, will ich nicht. Geh mal weg. Geh mal weg. Oh, geschafft. Oh, zum Glück. Hui. Ha. Uh, hi. Uh, ah, ah. Ting, ting. Wada, wada, bing, bing. Uh, hi. Uh, ah, ah. Ting, ting. Wada, wada, bing, bing. Warum habe ich davon gerade eine Ohrung gehabt? Nice. Rüber. Hier lang. Und zwei Stockwerke wieder höher. Und wie es aussieht, sind wir bei der letzten Etage. Hier brauchen wir den Schlüssel. Okay, wir kämpfen mal gegen diese Viecher noch. Fuck. Ähm. Ich hoffe, dass... Okay, okay. Nice. Vela kommt noch an. Hoi, ei, ei. Zum Glück. Und... Ja, dann besiegen wir die schnell. Dürfte ja nicht das Problem sein. Nein. Eine Zauberfrucht bekommen. Oder so. Was haben wir denn so für Früchte eigentlich? Futter. Ich glaube, der braucht eine Donnerfrucht oder so. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Hier können wir speichern. Okay. Zack. 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 Und zack. Okay, alles voll. Speichern. Okay. Ich will eigentlich nicht gegen euch fighten. Ihr seid ein bisschen nervig. Ich bin hier, Iris. Der Spiegel der Wahrheit befindet sich hinter dieser Tür. Wenn deine Gefühle für Doki echt sind, wirst du dich im Spiegel sehen können. Eine Sekunde. Zuerst möchte ich noch wissen, was du Doki fragen wolltest. Was Doki für dich und du für ihn empfindest. Liebt ihr euch wirklich? Meine Gefühle für Doki sind echt. Doki, wie steht es mit dir? Äh, wollen wir reingehen, Selon? Ja. Das war keine Antwort auf die Frage, Doki. Äh, äh, Doki. Also, man, ich rede jetzt zu mir selber. Warum schiebst du die beiden in die Richtung? Wer bist du? Ich bin Artie. Du bist eine Elfe, nicht wahr? Ja, ich lebe länger als ein Mensch und spüre Dinge, die ein Mensch nicht spüren kann. Hm. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Ich schiebe sie nirgendwo hin. Ich will nur die Wahrheit wissen. Hm, die Wahrheit? Ja, die Wahrheit. Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Okay. Das ist also der Spiegel der Wahrheit? Hm. Doki, es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Selon, du vertraust mir, oder? Natürlich tue ich das. Ich vertraue dir auch. Ich bin nur hier, weil Iris etwas gesagt hat, dass... Es ist witzig. Ich vertraue den Worten meiner geliebten Frau. Und trotzdem beunruhigen mich die Worte einer Fremden. Hm. Selon, selbst wenn du nicht im Spiegel zu sehen bist, vertraue ich dir trotzdem. Danke, Doki. Es tut mir so leid. Ich hätte es wissen müssen. Du hattest recht. Ich hätte mein Vertrauen in dich verloren, falls du nicht im Spiegel zu sehen gewesen wärst. Wie absurd. Ich vertraue dir natürlich mehr als diesem mickrigen Spiegel. Selon. Lass uns zurück, Doki. Ich weiß jetzt, was ich für dich empfinde. Entschuldigt, dass ich euch störe, aber... Es sind Monster im Anmarsch. Kommt schnell zurück. Oh mein Gott, wir sind zu sehen im Spiegel. Oh, cool. Zum Glück. Zum Glück. Drei Drachen. Oh, was ist der mit euch? Was ist der mit euch? Ach, das... Ach komm, ich spüre das nicht vor. Das ist ein Endfight, sag ich mal. Den... Ach, das wird easy. Der erste ist schon weg. Hoi! Das war gutes Damage. Komm, Haru. Nice. Der dürfte besiegt sein. Das war easy. Das war echt easy. Wo ist Iris hin? Der Spiegel ist zerbrochen. Das war ja einfach. Aber der Spiegel ist zerbrochen. Hm. Der kann wohl nicht mehr genutzt werden. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Übrigens, was ist jetzt mit euch beiden? Habt ihr euch im Spiegel gesehen? Wir haben es uns anders überlegt. Nicht wahr, Doki? Genau. Schade. Wo wir gerade bei Spiegeln sind. Ich sehe Iris gar nicht mehr. Warum bei Spiegeln? Stimmt, wo ist sie hin? Die Monster haben sie nicht erwischt, oder? Ach ja, das weißt du ja gar nicht. Sie ist sehr stark und sie hat mächtige Zauber. Monster können hier nichts anhaben. Tatsächlich? Sind ihre Zauber wirklich so stark? Sie ist irgendwie seltsam. Sie taucht ganz plötzlich auf und ist genauso plötzlich wieder weg. Lass uns zurück in das Dorf gehen. Ja. Die beiden scheinen sich noch näher gekommen zu sein. Nein, sie waren sich schon immer so nahe. Ja, ich glaube auch, dass wir das waren. Hm? Oh, hier ist es. Meine Mission ist beendet. Okay. Oh, sie setzt den Spiegel wieder zusammen. Okay, cool. Noch länger kann die Sequenz nicht sein, oder? Ach Gott, noch mehr? Euer Ernst? Äh. Es gibt kein Zurück. Nur, wenn einer von ihnen nicht mehr ist, werden wir die Antwort erfahren. Ist es nicht so, Arik, mein Gebieter? Ähm. Iris? Okay. Wie es aussieht, hat Iris eine andere Gestalt oder so? What? Kann man hier keine Flucht einsetzen? Habe ich keine Flucht? Doch, da. Ich wollte schon sagen. Hä? Ähm, okay. Warum war Iris jetzt... Warte mal. Ist okay, ich meine... Okay. Okay. Okay? The fuck? So, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Das ist... Hey, die Frau kann mal... Westen nach Chada. Richtung Westen nach Chada. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir nach Westen. Aber wir tauchen nach Westen. Vielleicht finden wir hier auf dem Weg noch was. Es gibt hier unter Wasser nämlich ziemlich viele Höhlen, sag ich mal noch. Oder halt sowas in der Art zu entdecken. So Eingänge. Hier zum Beispiel kann man, glaube ich... Richtig, hier kann man nicht durch. Wenn man nicht unter Wasser ist. Und deswegen... Ja. Gehen wir mal unter Wasser hier durch. Unter Wasserhöhle nach Taru. Okay, ich glaube, das... Bringt das hier was schon zu sein? Sind wir gerade überhaupt richtig? Nein. Wow. Ich bin begeistert. Was ist hier oben? Nichts. Okay. Dann... Ist hier was. Okay, gut. Ah. Okay. Hier kommen wir nicht lang. Ach, schade. Schade. Aber hier sind wir. Okay. Das kennen wir ja noch irgendwo her. Hier haben wir doch den... Diese Soldaten da besiegt. Also müssen wir hier später auf jeden Fall nochmal hin. Das heißt, wir gehen erstmal... Ja, wir können hier wieder hoftauchen. Da ist dieses Königreich. Okay. Gibt es hier noch irgendwie... Irgendwas? Interessantes? Nein, wie es aussieht nicht. Okay. Dann würde ich sagen... Ich spiele die hier mal kurz raus. Auf jeden Fall ist hier irgendwo... Schadda. Nur wo ist die Frage? Warte, hier nicht, oder? Ne, hier ist doch Dings. Kytos und so. Genau. Also noch weiter nach Westen, oder sind wir zu weit im Westen? Da war dieser Turm, den wir da zerstört haben, glaube ich. Ähm. Ja, ich spiele hier mal kurz lang. Das ist, glaube ich... Weil die Seefahrt ist echt ätzend. Da ist dieser Turm, genau. Was ist hier für ein Turm? Hier waren wir auch drin, ne? Opferturm, genau. Was war hier für eine Stadt? Narzissus, okay. Ist das hier hinten? Schadda oder sowas in der Art? Ist hier... Ne, hier ist... Ja, ne, hier war Dings. Kytos, genau. Hier war Kytos. Hier unten war... Was war das nochmal für ein Berg? Berg der Blumen, genau. Hier war das Königreich. Danubia, genau. Ist hier hinten vielleicht irgendwo... Oh, Mann. Schadda. Was ist hier? Schicksalsinsel. Ich muss Richtung Westen. Was ist denn mit mir? Okay, ich will erst mal wieder zurück an... Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Portravia. Oh, Mann, ey. Ich bin aber auch ein Lappen, ne? Hier sind wir bei Balear... Warte mal. Was war hier? War hier grad. Ein kleines Kind, okay. So, dann ging's weiter nach Westen. Was ist hier? Rachetempel, genau. Weiter nach... Nicht Westen. Doch westlich. Was ist hier? Was ist hier? Ach, genau. Blättergeist schließlich an. Oh, nice. Äh. Okay. Ich hab keinen Namen für den. Och, weißt du was? Ähm. Oh, keine Ahnung. Ich nenn ihn jetzt Gunnar. Gunnar, hi. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein Kapselmonster gibt. Warte, kann man hier nicht noch tauchen oder so? Ja, genau. Unter Wasserhülle nach Chodder. Ah. Ne, kommen wir nicht lang. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Hier war... ...der Rachetempel, richtig. War ja nochmal der Opfer, Dings. Äh, hier war der Wahrheitstempel, ne? Genau. Hier. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Müssen wir hier hin? Was ist hier? Wo sind wir hier? Chodder! Nice. Okay, was müssen wir hier machen? Ich weiß es nicht mehr. Achso, wir sind hier oben drauf. Okay. Gucken wir erstmal in den Shop, genau. Oh man, das war gerade... Wie komme ich denn auf... Ich will... Ne. Oh, lol. Oh, lol. Oh, das Damage mehr. Oh, schön. Oh my God. Runen, Degen. Kostet aber auch dafür echt viel, ne? Zirkon-Axt. Zirkon-Stab. Oh, ich muss den Seeland einfach geben. Das ist einfach... Riesen-Axt. Mega-Schwert. Gott, ist das geil. Eron-Anzug. Macht nur 10 mehr. Eisenjacke. Eisenjacke würde sich schon mehr lohnen. Die Geister-Mütze lohnt sich richtig eigentlich. Wir gönnen den beiden die Geister-Mütze und noch die Runen-Kralle. Und die Eisenjacke gönnt sich auch noch, genau. Okay. Da ist ein Item-Shop. Hier ist das Inn. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt rein. Da müssen wir auch nicht hin. Was ist hier drin? Muss man das mal schön in den Valkan gegangen. Okay, wie es aussieht, müssen wir in einen Valkan. Oh, Moment. Klingt interessant. Valkan klingt sehr interessant. Hier müssen wir, glaube ich, nicht hin. Komm, wisst ihr was? Dann gehen wir doch nochmal schnell ins Inn. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Ich will jedenfalls noch bis zum Vulkan gehen. Und speichern tun wir auch nochmal. Sichern. Weg. Und so. Gut. Ist der Vulkan gegangen. Der ist wahrscheinlich hier unten dann, ne? Richtig. Und ich glaube, ich weiß. Ja. Es ist der Berg. Nice. Schau, wie weit geht's denn hier nach rechts? Krass. Das dürfte, glaube ich, der Berg sein mit dem schwersten Rätsel der Welt. Und da will ich jetzt noch gerne ganz schnell hinsprinten. Damit wir da noch hinkommen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Damit wir im nächsten Bad dann das schwerste Rätsel der Welt machen können. Wir gehen nach hier. Wir gehen erstmal hier rein. Ah Mann, wo war denn das? Ja, da ist eine Tür. Da will ich auf jeden Fall hin. Ich glaube, hier war das so. Genau. Genau. Zack. 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 Okay, nein. Das war doof. Wie war denn das? Okay, Moment. War das so? 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 Shit. Wie war denn das nochmal? Okay, Moment. So? 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 Okay, Moment. Nein, 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 nein. So? 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 Zack. 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 Danke. Okay. Ähm. Ich komme nicht mehr rechtzeitig zu den Dings. Echo Ring. Okay, nice. Rüsten wir alle später aus. Rüsten wir alle später aus. Ich will noch. Ja, hier. Was bringt es hier? Ja, genau. Hier muss man noch irgendwas machen. Erstmal darüber. Hier runterfallen, glaube ich. Genau. Oh, oh Mann. Okay, Leute. Nein, das machen wir dann nicht in diesem Part. Ich würde sagen, wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein.